Unsere Themen für heute. Outlook Zero Day Vulnerability, Intune Updates für Apps, Abschaffung des Store for Business in Intune und Verwaltung von Call Queue und Auto Attendant. Hey, ich bin Raphael und hier sind die Tidio Cloud Uncovered News. Bei uns gibt es jede Woche die neuesten Microsoft Cloud News, also wenn du nichts mehr verpassen willst, drück hier unten auf Abonnieren und jetzt geht's los. Am 14. März wurde eine Sicherheitslücke in Outlook veröffentlicht. Diese ist besonders kritisch, da keine Benutzerinteraktion nötig ist. Die Lücke wird ausgenutzt, indem eine Mail mit Verweis auf einen SMB-Share an das Ziel geschickt wird. Der Empfänger versucht daraufhin automatisch, sich dort zu authentifizieren, wobei Zugangsdaten abgegriffen werden. Mein Kollege Thomas hat das Thema im Video vom Mittwoch bereits angesprochen und zeigt dort auch, wie ihr mit einem Skript prüfen könnt, welche Postfächer potenziell Ziele solcher Angriffe waren. Wir verlinken euch das Video in der Beschreibung, also schaut dort unbedingt vorbei. Intune erhält zwei neue praktische Features für die Softwareverteilung. Zum einen können Win32-Pakete, die über das Intune WinApp-Util erstellt wurden, nun auch als verfügbar an Gerätegruppen zugewiesen werden. Die Zuweisung als verfügbar lässt die App auf einem Windows-Client in der Unternehmensportal-Anwendung erscheinen, sodass User diese selbstständig bei Bedarf installieren können. Bisher konnten die Apps nur Benutzergruppen zugewiesen werden, sodass Mitglieder der Gruppe die Apps ohne weitere Filterung auf jedem verwalteten Windows-Client installieren konnten. Die Zuweisung an Gerätegruppen bietet nun die Möglichkeit, Anwendungen als optionale Installation für gewisse Geräte zur Verfügung zu stellen, unabhängig davon, welcher User am System angemeldet ist. Des Weiteren können WinGet-Anwendungen, die über die neue Microsoft-Store-Integration verteilt werden, nun bereits während Autopilot installiert werden. Die Apps können über die Enrollment-Status-Pages so konfiguriert werden, dass sie beim Setup-Prozess installiert werden müssen, bevor die Einrichtung abgeschlossen ist und der User den Client nutzen kann. So kann sichergestellt werden, dass das System inklusive sämtlicher Anwendungen vollständig einsatzbereit ist, sobald sich der User anmeldet. Schon länger ist bekannt, dass der alte Microsoft Store for Business und Education abgeschafft wird. Microsoft hat nun einige Termine genannt, die die Integration mit Intune betreffen. Ab dem 30. April 2023 wird es nicht mehr möglich sein, neue Apps aus dem Store for Business nach Intune hinzuzufügen und zu verteilen. Ab dem 15. Juni sind Store-Apps, die bereits auf Systemen installiert sind, nicht mehr offiziell unterstützt. Es kann sein, dass die Anwendungen funktionieren, allerdings gibt es keine Support mehr. Am 15. September werden schließlich alle Store for Business bzw. Store for Education-Apps aus Intune verschwinden. Auf Geräten, wo diese bereits installiert waren, bleiben sie bis zur manuellen Deinstallation vorhanden. Microsoft rät dazu, den neuen, modernen Store auf Basis von Winget zur Verteilung von Store-Apps zu nutzen. Wie ihr das tun könnt, erfahrt ihr in unserem Hands-On-Video zu dem Thema, welches ihr in der Beschreibung finden könnt. Die Verwaltung von Call-Queues und Auto-Attendance in Teams war bisher den Teams-Admins vorbehalten. Da es öfter sein kann, dass gewisse User, welche keine Admin-Rechte besitzen, Änderungen vornehmen müssen, soll die Verwaltung durch ein neues Feature vereinfacht werden. Die Funktion soll es Admins erlauben, privilegierte User zu definieren, welche Einstellungen an den Call-Queues und Auto-Attendance vornehmen dürfen. Über sogenannte Voice-Application-Policies wird zuerst festgelegt, welche User diese Berechtigung allgemein erhalten. In einem zweiten Schritt wird dann außerdem festgelegt, welche User jeweils für welche Warteschleifen und automatische Zentralen zuständig und berechtigt sind. Die neue Funktion soll bis Anfang April in der Preview-Phase verfügbar sein und bis Ende April auch im Standard-Release veröffentlicht werden. Das war's für heute. Sollte euch das Video gefallen haben, freuen wir uns wie immer über einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne unseren Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche, wenn es wieder heißt, Etilio Cloud Uncovered News oder auch Cloud Uncovered Hands-On. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.